Die Power-Rost. Äh, hi, hi, ja, hi, hallo. Geh direkt wieder los auf Level 1. Mir wurde gerade zugetragen, dass eventuell auch ein bisschen geghostet wurde von den Gegnern. Eben gerade mit der Tristana Level 4 im Topside-River macht das für mich auch ein bisschen mehr Sinn. Ohhhh. Aber naja, muss man auch durch. Ja, ist als Jungler scheiße, ne? Mini-Match-Kinder kannst du dir wahrscheinlich auch was sparen, ne? Ja, als Jungler ist komplett unplayable. Oh, oh, die wissen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht insane aus. Scheiße. Oh. Kein Hypop benutzt, kein Flash benutzt, Eier aus Stahl sag ich dir. Wenn ich die letzte Axt noch treffe, dann stirbt er vielleicht auch noch. Aber nice und das ist natürlich sehr insane hier. Ab wann kriegt man Gold? Äh, dauert lange. Kannst du nicht mehr. Was? Okay. 1,45? Zwei Minuten? Glaube ich. Ah, das wäre leicht intig geworden. Hm. Hm, 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 hm. Heker im Start wahrscheinlich Bot-Set an Raptoren, kann ich mir vorstellen. Aber kann in der Theorie überall starten, also. Ja, ich bin die nicht Pressurever von einem Heker. Ja! Let's go! Ja, ja, wirklich. Oh. Ex. So, ich geh jetzt top sein. Leider, mir hat er auch echt Bock zu sterben. Ich weiß nicht, ob das ein Grundschiff ist, den du langfristig erfüllen willst, aber... Ja, vielleicht. Wenn es passt, kann man mal vorbeigucken. Äh, sonst ist schon wirklich eher... Nö, oh, gut, ja. Ich kann gleich mal gucken, ob ich dem Heker einen Wunsch erfüllen kann. Ach so, ja, das könntest du gerne machen. Äh, ich hab Pryona. Ich werd die Cannon Wave so crashen, dass ich für Krabbe-Ready bin. Äh, ich werd ein bisschen delayed auf Krabbe gehen. Weil dann mach ich wohl deine Tricksarbeit. Finde ich geil. Ja. Wenn er da ist, bin ich aber auch da, also ich kann es auch. Ja, bin am Start. Oh, das ist ja so lieb von dir. Hatten Service, ne? Ja, muss man sagen. Und dann geh ich auch noch viel. Bodling Crab. Yes. Dann gucken wir mal kurz Mitte. Boah. Der hat auch nicht die kleinsten Eier im Stall, kann ich so sagen. Ja, das ist verrückt. Oh, Bodling wird schon gedeicht. Oh, ich bin kaputt. Was? Hm. Ich kann aber die Wave annehmen. DKBotzeit wird basen wahrscheinlich. Geh aus der Base-Botzeit wird für Drachen schauen. Hm. Ich hab wieder Slowpush. Ich werde das immer so schwer, ne? Also ich sperre einfach nur Slowpush und tue Slowpush. Mhm. Die Hälfte. Ich hab die Kiste. So. Ja, da würde ich mir was ab... Oh. Ah, ich muss abbasen. Ich komm bitte. Bin da. Sie hat keinen Flash. Ja. Ja, ich denke, da können wir nicht so viel machen. Das ist so frech, wenn der... Dings ist die Wave. Wenn der mal sterben würde, finde ich das ganz klasse. Was für ein Wichser, ey. Eigentlich darf der das nicht, ne? Aber der hat wölfige Dings. Nimm, nimm, nimm. Ich gebaced. Ja, okay. Das ist doch nicht Green. Ich glaube, wir gewinnen dazu oder so. Mhm. Aber ist schon dreist. Ja, schon wirklich sehr, ey. Aber gut. Vielleicht BM von ihm. Wir kriegen den ersten Drachen schonmal... Das ist juicy bisher zu. Puh. Das ist natürlich ein Fortschnitt. Wir gucken hier botteln für den Play wahrscheinlich. Mhm. Ich guck für heute. Ja, Slopwish sollte jetzt gleich crushen. Hier hat keine W mehr. Mhm. Lecker. Fühlt sich ganz schön fies an, dass die beide aus meiner Oid flashen, die kleinen Wichser. Ja. Weißt du? Heker wird wahrscheinlich hier irgendwie topside sein. Mhm. Aber ich glaub auch noch nicht. Also wenn ich W abhabe, glaub ich echt nicht Pressure. Äh, Herod ist huge für mich, ne? Ja, good point, good point. Ich werde mal gucken, wie ich das mit in meinem Plan hier einbinden kann. Ja, sehr mau. Okay, Heker ist bei mir. So. Na, Tristana wird rüberjumpen. Na, nein. Ja. Heker keine Ulf mehr. Mhm. Mhm. Könnt ich den Arm? Ja, ja. Wenn du schon so hier ohne Worte angedackelt kommst, ist der dir wohl wichtig. Ich stand da auf einmal. Weißt du was? Merkwürdiger Zufall. Irgendwas. Mir hat gesagt, geh mal schauen. Äh, Heker hier botz sein. Muss fallen. Ja, der ist jetzt natürlich schon Top-Seil. Und will da für einen Top-Lane-Gang gehen. Der darf natürlich aber nicht durchkommen. Ich würde den Heritage contesten wollen. Mhm. Ich auch. Try her. Ich geh da schon hin. Heker hat kein Ult. Oh. Kann mir nicht vorstellen, dass er den macht. Top-1. Ja. Wir können einfach... Heker Top, maybe? Kann doch für heute gucken. Ja. Flash of Darius. Nice. Äh, ich muss wieder Mitte Wavecatch gehen. Ja. Ich warte erstmal, bis du da Druck hast. Lass mal, lass mal am besten warten, müsste er mal auch kein Hochroam für Harald. Das ist einfach das Play für uns. Heker Top. Kann da rein TPen. Ich komm auch hoch. Ja. Wieder rein? Ja, ja, ja. Kein Flash of Darius. Oh mein Gott. Was für eine Turbid Old von mir. Oh mein Gott. Please. Heker, Heker kommt für mich. Oh mein Gott. Ich sterb sogar noch in Darkness. Das ist ja so traurig. Der ist ein Meta-Bot-Hot-Game gewonnen in der Zeit. Äh. Oh. Wir haben 1,20 auf Drag. Hm. Das ist natürlich. Heker ist behind. Die hat mittlerweile wieder Old up. Oh. What am I doing? Äh. Das Game ist so einfach. Äh. Ähm. Ich kann mal mit Top hier nicht stayen. Da da ist. Wir haben Drake jetzt auch gleich ab. Da wollen wir direkt hin nach Top. Gut, Butterfaulten. Wir können nicht ohne Kaiser spielen. Ah, also Arthrus und ich sind beide relativ weak. Hm, hm. Gute hin, den Harald actually droppen. Lass einfach mit den Harald placen und den... Oh, da ist. Ich bin on my way. Das sollte Friesen, ne? Ich bin da. Mein Gott. Ikarin kommt von unten. Aatrox geht da rein. Ja, ich werde Harald mitte setzen. Hast du Doubling? Nee, aber wir gehen nicht. Hier vier zwei Turrets, ne? Ja. Den, den kriegen wir so. Und den nächsten mit der W. Wann, ab wann kannst du W'n? Ab eins finden oder eins? Eins, zwei, fünf. Joa. Passt. Wir können auf den Charge gehen. Nee. Huge. Okay. Stark. Drei Türme in der zwölften Minute ist in Ordnung. So insane, na? Boah, ist insane. Also, es geht schon mäßig. Ist das ne ganz traurige Aktion hier, das Game. Äh. Boah. Das war, also... Also, die Botlane-Ult, die wurde ja wenigstens auch geflasht. Und beim Toplane-Dif hab ich einfach komplett nach Bugstuhude geworfen. Äh. Ja. Ist das wütend? Was? So schlecht war man das gespielt? Oder auch, oder nicht? Ja. Komplett rennen. Ja. Ja. Das hat, also das, was du gesagt hast, hat mich so wütend gemacht, ey. Ja. So. Ich konnte es einfach nicht mehr. Komplett am Rennen. Oh mein Gott, ich hätte den Bugauf gemisst. Ich möchte einfach nicht mehr. Oh Mann. Ich möchte das nicht mehr alles geben. Nur noch Mühe, wenn wir... So, der Hikrime ist hier. Nur noch Brückenbau, noch Treiben im Sand. Hat die. Liebe alle dieser Frauen, niemand anerkannt. Heute nageln sie mich nach und nach an die Wand. Schätz, dass passiert, wenn man die Herzen bricht. Man wird gebrochen und dann keine einen Fick. Ob die Scherben gibt, lebt oder sterbt. Ein bisschen beerdigt bis. Es ist alles nur ein Kampf und Geld zu ficken und der da schist. Oh Mann. Was haben die benutzt? Actually gar nichts. Ja. Ich hab einfach gedacht, yo. Deinen Weg gibt es nicht mehr. Das kann ich nicht hier kriegen, wenn die jetzt auch noch von hinten kommt. Oh ja. Weiß. Gehen bitte rein, ne? Ja. Nice. Ich möchte diesen Play optimistisch nennen. Von da. Ach, der Inniv ist schon echt wasted. Da brauchen wir gar nicht weitergehen. Flickr hier. Flickr hier. Flickr hier. Flickr mitte engaged. ist so stark bei jedem sker ja so wenn der gegner stehen bleibt und zu record treffe ich jetzt ich weiß es auch nicht also wie wer was ist denn das der ist so bad dieser einhipp crazy ja die wollen finischen ja das gleiche ein landschirm heute ist aber hegelreben kommt gleich angedüßt auf dich oder auf mich wir haben dracon 20 der ist wichtig ja der indep hat mich wirklich also das hat mich jetzt gar nicht so überzeugt aber solange wir die kaiser defen ist free game ich meine mit dem herd in einer minute können wir wahrscheinlich top crack mal okay auch so ein schöner chem auf ap er ist doch heißt pick rate support jetzt und heißt win rate support das sind generell immer gute sachen das ist ja nicht gut aber der spiel verschiedene items das ist das ist auch nicht gut aber können wir denn jetzt aufhören mit lane zu spielen also chris mein bester ich danke dir für den raid kurs geht raus auf jeden fall ich hoffe du hast richtig entspannen stream danke dir danke dir danke dir kurs geht raus ich finde da kriegst du nicht so ein service ich finde da kriegst du nicht so ein service von der kaiser kriegst du nicht so ein service ja achso das stimmt generell wäre es natürlich gut gewesen hätten wir die topwave geslowpushed und dann mit dem herald display gemacht ich denke das ist uns hier allen egal ich kröne meine perfekte performance mit einem zu früh ausgelösten weg hekar wird gleich von da rein was passiert denn hier einfach keister dürfen man hat sich der daraus einfach so gedacht ich zynch jetzt groß und spring auf den six fetter wichser was ist das für ein game uiuiuiui und ich meine das ist noch normaler als das davor das stimmt er ist einfach nur sehr aggressiv mit kaiserstuhl uiuiui jetzt wirds gefährt so wir können bot turret noch nehmen das schafft ihr bestimmt auch ohne mich dann kann ich mir schon mal die camps genehmigen ich geh top camps holen und ihr braucht set am start sein hier die beiden könnte die überhaupt noch nehmen eins zumindest ich glaube der atrox ist ehrlich gesagt völlig egal ob er das kann oder nicht ich glaube der wird das einfach machen wow ja enemy redo auf 30 ok so ich werde noch karte nehmen ich habe super spät ein backboard hm ja gut vielleicht gehe ich einfach gar nicht mehr back ah das ist ein dilemma wir können hikari mal auf den blue buff töten also ich bin bei unserem blue buff ja 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 aber wir kriegen das trotzdem hin nein nein nimm doch nicht die pflanze oh disaster ok jetzt habe ich keinen smite hab 3k in der tasche ich denke das ist ein guter moment jetzt hier zu nashen der einzige worauf wir aufpassen müssen ist Wladimir Penta Kill in der nicht kommt So, hat er hier jetzt auch sein Gold ausgegeben. Ja, jetzt geht es mir richtig gut. Das freut mich sehr. Jetzt haben wir dritten Drake noch, den wir mitnehmen können. Hika, der sollte nicht sterben. Dann spielen wir am besten, ich weiß nicht mehr ob wir da haben. Ja, wir können einfach danach alle Watt gehen. Ich glaube der Aatrox ist bis dahin tot, aber... Okay, die werden hier rein laufen. Ich weiß, er wird aber eigentlich becken glaube ich. Der hat keine, oh die sind so tot hier. Ich weiß, wir können den Bot finischen, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Das ist ein Liner. Hm. Ich dachte Arthur fülle ich da noch ne Sekunde raus, ich f***e da rein mit meiner Stopwatch Wäre ich einfach weggedankt von dem Bastard Wir verlieren nur noch Drake Mach's den easy bis die da sind Geh doch mal Mühe Ja ich meine, wir werden es da rausfinden Ja hab ich den nice, glaube ich hab ich Absolute Legende Nice Ja, also nice ist auch das Wort, was mir einfällt Oh, ja wir müssen echt auffassen, dass der Wladimir die Kaisen nicht one-shirtet Können wir da nichts dran ändern, aber das wird sich für das erste Death-Item entschieden in mir in den Winter Ja, ich werde einfach Bodyguard spielen so gut ich kann Und zugucken Ich glaube wir müssen halt einfach In-Nips gehen, no, was soll die machen Ja, Wladimir spot gerade, wenn die ohne Wladimir sind, der Wladimir hat, oh Leute, der spielt mit Ghost Ignite, der hat nix, das ist sehr gut Keine Heka-Ul, auch sehr nice in der Mitte Ja, Triple In-Nip ist ein Punkt auf jeden Fall Okay, nice, nice, nice Good chunk, good chunk Okay Ich töte den hier Wie sieht es bei euch da aus, Kaisa überlebt zu uns Boah, wir laufen vorhin, laden wir weg, ne Die Challenge meines Lebens Ja, Bot In-Helb Boah Ach, Kaisa, was tust du mir denn an? Nice Nice Ähm Ähm Ja, wir haben ein Soul auf dem nächsten Track Wie kannst du dieses Game spielen? Und währenddessen immer wieder versuchen, Aussagen zu trennen, als würde hier ein Makro-Play Wir spawnen, rennen in die Gegner, warten bis Kaisa stirbt und machen dasselbe noch einmal Ja, wahrscheinlich werden wir auch für Baron davor spielen Ja, wahrscheinlich werden wir auch für Baron davor spielen Wäre nice, wenn wir den On-On-Spawn machen in Harald, Base, Harald Baron meine ich Ich bin so froh, dass ich nicht streame, ne Also allein mein Fight gegen Blue-Buff ist Heaven-Report-Worthy Vielleicht kann ich mitlein TP'n gleich Wir machen 2-Man Nash Okay, ja, dann einfach jetzt Drake Ja, ich weiß noch nicht, ob der Aatrox jetzt auch mal Lust hat, ob der dich langsam genug geintet hat für dich Oder ob es dann noch zu einer weiteren Episode seines fantastischen Bot-Lane-I-Drag-1-2-Me-Gameplays kommt Nice Ach du Scheiße Oh Ich komm zu dir, ich komm zu dir Geil Ich hätte jetzt den Wolf geklaut Da wäre mein Humor gewesen Hier kann keiner holt, ne Oh, da Okay, okay Da wird schon Oh mein Gott WDD Nee, der hat auch keine E mehr Der ist dead Boah, das wäre so gut Ja, der ist dead Bist du Nice Ja, vielleicht hab ich ein bisschen geintet Aber der Game-Winning-Play Ja Das ist meiner Jetzt am besten den rauspullen Ich hab natürlich keinen Smile, wie es nicht gehört Und wir pullen auch nicht raus Super Ach Carman Ja Ja Nächster Drag ist dann Soul Oh, Vladimir hier unten Wir gehen hier Bot richtig heim Ja Ja Komm von oben Ich lade mir keine Öl mehr Oh 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 God fucking bless Ey, wirklich Ja, da bin ich auch ein bisschen bang um das Game Auch ein bisschen Ähm, ja Oh Oh Ich würd sagen, ich hab lange nicht mehr mit Championern nicht Anivia als gegen Werdebier gespielt Weil das so schön free ist Aber der Darius hat einfach Anivia gebannt Ah, vielleicht ja Ah, jetzt hab ich das auch mit Shyvana bekommen hier Shyvana Poppy Da freut man sich Geile Nummer Ja, super Ja, danke fürs Carry, ne War angenehm Ja, leite ich weiter an die Kaiser Ja, das ist doch